Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr bei FreeOffice TextMega ein Inhaltsverzeichnis hinzufügen könnt. Das geht eigentlich relativ einfach. Man muss nur ein paar kleine Punkte beachten und dann geht das schon fast wie von selbst. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr etwas längere Dokumente habt, also längere Texte, dann gibt es ja meistens eine Einleitung, ein Hauptteil und ein Schlussbereich. Und der Hauptteil könnte ja unterteilt sein in einige Unterpunkte. Ihr seht hier Unterpunkt 1 und Unterpunkt 2. Und diese Unterpunkte können weitere Unterpunkte enthalten. Und genau das soll sich natürlich nachher auch im Inhaltsverzeichnis widerspiegeln. Wenn man sich das hier genau anschaut, dann sieht man ja eigentlich schon, das sind Hauptüberschriften. Hier ihr seht Einleitung, Hauptteil und Schluss. Ja, und das sind dann sozusagen eingerückte Punkte, also Unterkategorien von der übergeordneten Kategorie. Auch das hier zum Beispiel. Und wenn man sich das genau anschaut, dann weiß man eigentlich schon, das ist Überschrift 1, das ist Überschrift 1 und das ist Überschrift 1, das ist Überschrift 2, das ebenfalls und das ist Überschrift 3. Und genau so müsst ihr das anordnen, damit sich das halt genau so im Inhaltsverzeichnis auswirkt. Ich lösche das mal ganz kurz und nehme einen komplett unformatierten Text. Und wenn wir uns den jetzt anschauen, dann sehen wir ebenfalls Einleitung, Hauptteil, Unterpunkt 1, Unterpunkt unter 1, also der dem Unterpunkt 1 sogar noch untergeordnet ist. Ja, und das ist wie gesagt alles komplett unformatiert, damit wir direkt von ganz von vorne damit starten können. Ich habe ja gesagt, dass wir im Prinzip nur jeweils die Bereiche mit der richtigen Überschrift versehen müssen. Das heißt, wir klicken einfach in diese Zeile und können jetzt entweder über dieses Auswahlfeld, ich klicke hier mal rauf, Überschrift 1 wählen. Zack, ihr seht wie das funktioniert. Aber ihr könnt natürlich auch hier die Seite aufklappen. Ich klicke jetzt mal hier rauf und dann erscheint ihr diese Seite und hier können wir zum Beispiel mal auf Absatzvorlagen klicken. Wer das hier momentan nicht sieht, der kann hier die Ansicht aufrufen und dann hier bei Seitenleiste hier das Häkchen setzen, bei Rechts anzeigen. Wie gesagt, wir müssen hier auf dieses Symbol klicken und dann können wir hier schon die Überschriften entsprechend aussuchen. Ich habe ja gesagt, die Einleitung, der Hauptteil ist ebenfalls so eine Hauptüberschrift. Also klicke ich hier rauf mit einem Doppelklick und bei dem Unterpunkt 1 ist es zum Beispiel so, der ist ja dem Hauptteil untergeordnet, also muss das ja Überschrift 2 sein. Und zwar seht ihr ja schon genau wie das untergeordnet ist, auch hier bei den Überschriften. Und genau so müsst ihr das hier ebenfalls machen. Und ihr wisst ja selber, wenn ihr zum Beispiel ja etwas schreibt und ich sage jetzt mal, ihr schreibt ja zum Beispiel einen Bericht über Tiere und da gibt es zwei Kategorien, zum Beispiel Vögel und Fische, dann sind die beiden ja den Tieren untergeordnet. Und ich sage jetzt mal, Vögel und Fische, die könnten ja weitere Unterkategorien haben, zum Beispiel bei Fischen, jetzt Karpfen oder sonst was. Und das wäre dann eine Unterkategorie von Fische. Und bei Vögel, klar, Amsel und Drossel und so weiter, das wäre auch eine Unterkategorie. Und dementsprechend teilen wir das jetzt hier ein und ihr habt gesehen, Hauptteil ist eine Hauptüberschrift, der Unterpunkt 1 wäre dann Überschrift 2, ich klicke hier mal doppelt drauf, der Unterpunkt unter 1, das wäre Überschrift 3, zack, und hier haben wir nochmal Unterpunkt 1, das ist ebenfalls Überschrift 3 und der Unterpunkt 2 ist ja in der gleichen Ebene sozusagen wie Unterpunkt 1 hier, untergeordnet einfach nur unter Hauptteil, also muss hier Überschrift 2 rein. Ich gehe mal ein Stückchen nach unten und hier haben wir wieder einen Unterpunkt unter 2, dementsprechend ist das halt Überschrift 3, wir müssen natürlich in der Zeile sein, können das hier mit einem Doppelklick wieder entsprechend einstellen und ebenfalls diese Zeile hier mit Überschrift 3. Der Schlussbereich ist ja wieder so ein Hauptpunkt und dementsprechend müssen wir das hier mit Überschrift 1 versehen und genau so muss das sein. Im Prinzip sind wir mit den Vorbereitungen jetzt schon fertig, ihr habt gesehen, dass ich einfach nur die einzelnen Teile mit der entsprechenden Überschrift versehen habe und jetzt können wir schon das Inhaltsverzeichnis einfügen. Damit wir für unser Inhaltsverzeichnis natürlich auch eine eigene Seite bekommen, werde ich hier einen manuellen Seitenumbruch hinzufügen. Ich gehe einfach hier mit dem Cursor vor das E und kann das entweder mit der Steuerungs- und Enter-Taste machen, das heißt die Steuerungstaste gedrückt halten und dann Enter drücken oder wir gehen hier auf Einfügen, Umbruch und dann auf Seitenumbruch. Ich lasse hier die Maus sozusagen wieder los und dann rutscht der Text sozusagen auf die nächste Seite und wir haben die erste Seite für unser Inhaltsverzeichnis. Ich klicke hier rein und werde einfach ein paar Leerzeilen erstmal eingeben, weil das Inhaltsverzeichnis ist nicht besonders groß und ich rücke das sozusagen ein Stückchen nach unten. Um das Inhaltsverzeichnis jetzt einzufügen, müssen wir nun auf Weiteres gehen, dann auf Inhaltsverzeichnis erstellen, dann bekommen wir hier so einen kleinen Dialog und hier wird zwar angegeben 1 bis 9, wir haben allerdings nur drei Ebenen und deswegen können wir auch direkt auf OK klicken. Ich klicke hier rauf und dann seht ihr, wir haben die Einleitung, wir haben unseren Hauptteil, wir haben den Schlussbereich, alles mit Überschrift 1 versehen. Dementsprechend ist das halt auch ganz links. Unterpunkt 1 und Unterpunkt 2 waren ja bei uns Überschrift 2 und Unterpunkt 1 hier und Unterpunkt 2, das sind jeweils Überschrift drei Typen gewesen, die wir so markiert haben. Wir können jetzt natürlich das Ganze hier formatieren und ich hatte vorher Verdana, also klicke ich mal kurz hier rein, schreibe einfach Verdana rein, drücke Enter und werde das Ganze mal mit einer etwas größeren Schrift versehen. Ich nehme hier einfach mal 14 und das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Darüber werden wir Inhaltsverzeichnis schreiben und ich sehe schon, das Inhaltsverzeichnis ist relativ klein, also schiebe ich das ruhig noch ein bisschen runter mit der Enter-Taste und hier oben schreibe ich jetzt Inhaltsverzeichnis. Auch das werde ich formatieren, einfach nur markieren hier den Bereich und meinetwegen hier erstmal Verdana reingeschrieben, je nachdem, was ihr für eine Schriftart bevorzugt. Enter gedrückt und ja, die Schriftgröße natürlich auch etwas größer. Diesmal werde ich 16 nehmen und das Ganze auch fett machen und dann sind wir schon fertig. Ihr habt gesehen, so einfach ist das. Ihr müsst im Prinzip nur die einzelnen Titel im Text halt mit der richtigen Überschrift versehen, Hauptüberschriften halt. Ja, 1, dann einmal eingerückt sozusagen, wie hier mit Unterpunkt 1, das ist dann Überschrift 2 und nochmal eingerückt, ist dann Überschrift 3 und dementsprechend müsst ihr das so in eurem Text formatieren und genau so spiegelt sich das dann später in eurem Inhaltsverzeichnis wieder. Das war es auch schon wieder. Ich hoffe, der eine oder andere konnte mit dem Tutorial was anfangen. Ich würde mich jedenfalls freuen. Ich freue mich über einen Daumen hoch, wie immer. Und wenn ich euch bei weiteren Tutorials von mir dann wieder sehe. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.